Neue Serie, neuer Job, alter Bekannter, Arnold Schwarzenegger feiert jetzt sein Comeback als Action-Darsteller. In der Netflix-Serie Fuber spielt er die Hauptrolle, so auch auf dem roten Teppich bei der Premierenfeier in Los Angeles. Es wird posiert gelacht und geplaudert, dass der ehemalige Bodybuilder in seinem grauen Anzug mit roter Krawatte eine gute Figur macht, steht außer Frage. Unterstützung bekommt der 75-Jährige dabei von drei ganz besonderen Menschen aus seinem Leben. Seine Töchter Christina und Catherine sowie deren Ehemann Chris Pratt nehmen ihren Vater bzw. Schwiegervater stolz in ihre Mitte. Die Outfits zurückhaltend, aber cool. Cool klingt auch die neue Position Schwarzeneggers. Seine Serienrolle bei Netflix bleibt kein einmaliger Job beim Streaming-Dienst. Wie bekannt wurde, darf der Hollywood-Star nun als Action-Beauftragter alle neuen actiongeladenen Serie und Filme des Streamers vorstellen. Langweilig wird es da keineswegs.